so herzlich willkommen zu einem Infovideo und zwar geht es um Minecraft Fabian ist auch dabei auf jeden Fall wollten wir nur sagen oder ja wir wollten sagen dass wir das Minecraft Together erst mal abbrechen werden weil es irgendwie ja technische Probleme gibt und ja vielleicht machen wir später weiter jetzt ja das geht dann einfach bei Part 18 weiter und so meine kleine Ankündigung und jetzt nicht traurig sein na gut das klingt ein bisschen scheiße ja auf jeden Fall mache ich jetzt noch ein Singleplayer Minecraft Let's Play statt dem Multiplayer ja das wollten eigentlich schon voll viele von mir das mache ich einfach mal das nehme ich heute noch auf und dann wollte ich immer noch mal schnell meinen neuen YouTube Background zeigen so den habe ich nicht mehr erstellt ich werde jetzt angerufen also ich bin jetzt weg ich finde ziemlich geil bis dann tschau ja hallo okay hi 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 oh man wie auch immer dann Fabians Telefon ist sei gegrüßt so ähm ja das wollte ich nur mal gesagt haben Fabian telefoniert eben gerade noch weiter ich hoffe ihr seid nicht allzu traurig äh ich werde das ganze mit ähm john smith texture pack spielen und ich hoffe ja ihr schaltet ein und wir werden denke ich mal ziemlich viel Spaß haben bis dann und ciao